Und die Damen, die sie dann wirklich nicht klein zu kriegen, mit ihrem Gartenzwergmarsch, hier sind die Jakobs-Sisters! 30 Meter im Quadrat, Blumenkohl und Kopfsalat, wer so einen Garten hat, fühlt sich wohl in der Stadt. Eine Braut ist auch schon da und die Braut ist nett, ich wäre schon komplett, wenn ich das eine hätte. Adelbert, hey, Adelbert, schenk mir einen Gartenzwerg, hier, da, Adelbert, hey, Adelbert, einen kleinen Gartenzwerg, hier, du, Adelbert, hey, Adelbert, bitte tu ein gutes Bett. Und schenk mir für mein Rosenbeet einen kleinen Gartenzwerg. Und schenk mir für mein Rosenbeet einen kleinen Gartenzwerg. 30 Meter im Quadrat, ja, da sind wir ganz gewagt, wo die bunten Rosen stehen, könnte ich, jeder seh, und seinen kleinen Gartenzwerg. Wäre doch schon hier, dieses kleine Souvenir, das wünsch ich mir von dir, was! Adelbert, hey, Adelbert, schenkt mir einen Gartenspferd, lecker zu viel Bütze. Adelbert, hey, Adelbert, einen kleinen Gartenspferd und eine Gartenspritze. Adelbert, hey, Adelbert, bitte tu ein guter Bütze und schenk mir für meinen Rosenpferd einen kleinen Gartenspferd und schenk mir für meinen Rosenpferd einen kleinen Gartenspferd. Und alle! Adelbert, hey, Adelbert, schenkt mir einen Gartenspferd. Adelbert, hey, Adelbert, einen kleinen Gartenspferd. Adelbert, hey, Adelbert, bitte tu ein guter Bütze und schenk mir für meinen Rosenpferd einen kleinen Gartenspferd. Und schenk mir für meinen Rosenpferd einen kleinen Gartenspferd. Adelbert, Adelbert, Adelbert. Vielen Dank, Dankeschön. Hätten Sie gedacht, dass Sie jemals so eine Stimmung sein können in den Bumba-Studios? Nein, wie. Gefällt es Ihnen gut? Super. Das ist gut. Ich hoffe, Sie haben die ganzen Freunde, die Sie mitgebracht haben.